Hallo alle Fischer und Fischerinnen, hier präsentieren wir Ihnen Keschiköpfe und Teleskop-Keschestangen der Marke FENZEL. Wir produzieren Keschiköpfe in einer Version mit festem Rahmen, in dem größten L und XL, mit einem gummierten Netz oder einem Silikonetz oder auf Klabar. Die Klabar-Keschiköpfe sind einzigartig in seiner Kompaktheit. Wir produzieren sie in den Armlängen 80, 60 und 50 cm. Jede Keschiköpfe ist mit einem gummierten Netz ausgestattet, in dem sich keine Hacken verfangen. Das Netz riecht nicht und ist sehr fischonend. Der größte Vorteil des Keschikopfes sind die Fiberglasarme, die extrem flexibel sind und immer wieder in ihre Ausgangsposition zurückkehren. Das Metallzentrum, das sich leicht falten lässt Und mit universellem Gewinde, das mit allen Keschestangen kompatibel ist. Und zu den Keschiköpfen gehören auch Keschestangen mit universellem Gewinde, bei denen wir die größte Auswahl haben, Länge 3,75 m, 3 m, 2 m, 1,8 m, 1,2 m, in einem zweiteiligen oder dreiteiligen Teleskop. Bis hin zu den kleinsten Designgriffen, die wir in drei Ausführungen haben, Carbon, Holz oder Edelgummi. Die verlängerten Designgriffe sind 40 cm oder 15 cm, kurz. Keschestangen sind sehr intuitiv durch einfaches Drehen nach rechts. Wir verriegeln sie nach links und schieben sie auf die gewünschte Menge. Sie zeichnen sich durch ihre Stärke und Leichtigkeit zugleich aus. Die Stange ist mit einem rutschfesten Griff aus edlem Gummi versehen. Der größte Vorteil ist die maximale Variabilität, feste Keschiköpfe, Klabar in Kombination mit Keschestangen, zweiteilig oder dreiteilig oder kurze Designgriffe. Bauen Sie Ihren eigenen Kescher. Sei der König der Fische.